Hallo ihr Lieben! Jetzt ist es wieder soweit, wir sporteln miteinander. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen komisch klinge. Meine Allergie ist am Höhepunkt. Jetzt, ja, Osterferien, ich weiß eh, dass es jedes Mal so ist. Aber egal, das soll uns nicht vom Sporteln abhalten. Wir machen jetzt ein Warm-up und in den anschließenden Videos gibt es einmal Kräftigung und einmal eine Mirbelsäule Gymnastikstunde. Gut, wir marschieren mal fest am Start, fest gehen, fest marschieren, vor dem Bauchnabend zieht zur Mirbelsäule, schöner, stolzer Oberkörper und wir atmen ein und aus und wir atmen ein und wir atmen aus. Noch einmal und ein und wir atmen aus. Einmal noch und einatmen und ausatmen. Sehr gut, weitermarschieren, festmarschieren am Stand. Sehr gut. Ihr könnt es wie immer mit Schuhen tun, oder Parafuss, jeder wie er möchte. Ich tue einen Parafuss, so wie ein Schumpf, sozusagen. Fest die Arme mitbewegen und die Arme hoch und gleichzeitig zurück nach vorn. Schön die Ellbogen nach hinten ziehen. Fest weitermarschieren. Sehr gut. Und zur Decke. Schön hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Sehr gut. Gleichmäßige Atmung und noch einmal vor dem Körper. Sehr gut. Fest weitermarschieren. Und noch einmal zur Decke. Sehr gut. Wir steigen in Steptouch und ein. Einfach langsam vor. Genau. Einfach rechts, links. Schauen wir wirklich, dass wir schön groß steigen. Schön breit steigen. Jeder steigt so breit er kann. Die Ellbogen ziehen wir hinterm Körper. Ich zeige es euch einmal von der Seite. Sehr gut. Wirklich schön breit steigen. Oberkörper ist auch in einer Linie. Wir krühen wir nämlich nicht. Sehr gut. Jetzt. Fest aufwärmen. Und die Arme wieder zur Decke, zum Himmel. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, alle sind gesund. Und die Arme wieder vor dem Körper. Sehr gut. Wir steigen. Wir steigen noch ein Stück weiter. Schön breit steigen. Fürs Mitbewegen. Genau. Jeder entscheidet sein Tempo. Und die Arme in rechten Linke. Genau. Zusammen. Und wieder auseinander führen. Sehr gut. Schön breit steigen. Rechts und links. Und rechts und links. Und rechts und links. Und rechts und links. Genau. Aber wir bleiben schön statisch. Und wir bleiben dann tief. Ah, jetzt geht es jetzt wieder auf der Seite. Und hoch und tief. Genau. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Schön seitwärts. Die Handflächen bilden eine Faust. Ja gut. Wir steigen noch immer schön breit. Und jetzt. Bringt den Geistlauf ein bisschen ins Schmuck. Sehr gut. Nicht so hoch kommen mit die Arme. Die sollten dann parallel Richtung Boden gerichtet sein. Sehr gut. Wir sind noch immer schön im Step-Touch. Perfekt. Und die Arme ausstrecken. Und wir ziehen noch mal rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Sehr gut. Und schön breit steigen. Schön gleichmäßig atmen. Genau. Nützt wirklich den Platz aus, den ihr zur Verfügung habt. Sehr gut. Und gleiche Arme. Und gleiche Arme. Super. Und schön vor, rück, vor, rück, vor, rück. Ihr seht's. Die Arme sind oft parallel zum Boden gerichtet. Perfekt. Und wieder gehen gleich. Einmal rechts, einmal links und rechts und rechts und rechts und rechts. Und noch einmal. Super. Und noch einmal. Und noch einmal schön breit steigen. Perfekt. Gleiche Arme. Und wieder gehen gleich. Einmal rechts, einmal links. Schön gehen gleich. Super, macht ihr das? Perfekt. Perfekt. Jetzt auch mit der Arme in Bewegung bleiben. Damit wir die auch schön aufwärmen. So, die Arme bleiben ausgestreckt. Wir ziehen die Fersen zum Gesäß. Ich hoffe, ihr seht's nicht gut. Wir ziehen die Fersen hinterm Körper schön hoch tief. Immer noch beginnen. Wir bleiben mit einer schwierigeren Übung. Wir greifen mit dem linken Arm zur rechten Ferse. Und dann mit dem rechten Arm zur linken Ferse. Schon so raus. Zack. 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 Und zack. Einmal rechts, einmal links. Ich komme ein bisschen näher. Ich hoffe, ihr seht's gut. Gut. Ich habe jetzt leider keine schönen Füße. Einfach viele Fahrfuß gehen. Würde mir eine Pediküre gut tun. Aber ja. Ist halt so. Seht ihr das? Und einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Sehr gut. Und wir machen weiter. So. Genau. Schön hoch tief. Die Arme, wenn sie in der Höhe sind, sind parallel gezogen zum Boden. Sehr gut. Und jetzt machen wir zweimal pro Seite. Ich zeig's euch. Und eins und zwei und wechsel. Eins und zwei und wechsel. Eins und zwei und wechsel. Eins. Zwei. Wechsel. Eins. Zwei und wechsel. Eins. Zwei. Wechsel. Eins. Zwei und wechsel. Eins. Zwei. Wechsel. Zwischendurch. Wirklich auch schön breit steigen. Noch immer schön gleichmäßig atmen. Spaß haben an der Bewegung. Ihr wisst nie Bescheid, wenn ihr meine vorigen Videos kennt, warum wir leider in meinen Videos keine Musik spielen, weil YouTube das nicht so gern hat. Deswegen sind meine Videos ohne Musik. Aber es würde mich freuen, wenn ihr mich sozusagen lautstellt, dass ihr wisst, was gesagt wird und was gemacht wird bzw. wenn es euch egal ist, dann einfach Musik einschalten und mit turnen. Sehr gut. Jetzt bemerkt. Jetzt habe ich so viel geredet und teilweise sogar dreimal pro Seite. Egal. Wir gehen jetzt über nämlich in viermal. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Und wechsel. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und wechsel. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und wechsel. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Und wechsel. Einmal noch auf der Seite. Zwei. Drei. Vier. Und wechsel. Auf der Seite. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und wechsel. Wir marschieren wieder kurz. Wir kreisen mit den Armen zurück, fest die Schultern aufwärmen, wenn die wirklich schon aufgewärmt sind. Auch da wirklich schön geraden Oberkörper ziehen. Zeigst euch auch von hinten, schön nach hinten kreisen, damit ihr jede Perspektive gut habt. Und wir kreisen nach vor, fest nach vor kreisen, wirklich schön die Schultern aufwärmen. Sehr gut. So, wir steigen side to side, geht so. Einfach nur die Beine seitwärts lassen, Zehenspitzen nur in den Boden. Genau, side to side. Wir nehmen einmal den rechten, einmal den linken Arm gehen. Und hoch, und hoch, und hoch. Schön hochziehen, schön nachziehen. Machen wir es mal ein paar Zentimeter. Schön im Arm händen. Sehr gut. Und einmal die eine Seite, einmal die andere Seite, wirklich schön weit steigen. Schöner, großer Bewegungsradius. Perfekt. Und einmal die eine Seite, einmal die andere Seite. Sehr gut. Und hoch, 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 hoch. Und wir ziehen jetzt nur seitwärts. Wer möchte, kann den Oberkörper gern mitdrehen. Schön den Oberkörper mitdrehen. Einmal rechts, einmal links. Macht gerne mit dem Kopf Schauen, wenn euch nicht schwindelig wird. Sehr gut. Einmal rechts, einmal links. Und einmal noch fest hoch. Hoch, hoch, und hoch, 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 hoch. Und die letzten acht. Noch sieben. Sechs. Gleich haben wir es. Fünf noch. Die letzten vier. Drei. Zwei noch. Ein letztes Mal. Wir gehen jetzt über im V-Step. Ihr kennt das V-Step. Wir steigen einmal vor, einmal rück. Und ich steige ein bisschen zurück, damit ihr es gut seht. Vor, vor, rück, rück. Vor, vor, rück, rück. Vor, vor, rück, rück. Vor, vor, rück, rück. Genau. Einmal mit der Bewegung vertraut werden. Schön vor, schön rück steigen. Sehr gut. Gut. So, wir gehen nur die eine Seite. Und wir gehen eins, zwei, tief, tief. Eins, zwei, tief, tief. Genau, schön. Angespannte Atmen. Doch, noch immer fest zur Wirbelsäule gezogen. Genau. Wir zünden noch immer erfrischend und mit einem Lächeln. Ja gut. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, 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 tief. Und die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Noch fünf. Die letzten. Vier. Noch drei. Zwei noch. Letztes Mal. Und wechseln. Andere Seite. Hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Sehr gut. Schön die Arme mitnehmen. Hoch, noch immer schön zur Wirbelsäule ziehen. Sehr gut. Und rechts. Und rechts. Und hoch. Die Arme. Und die letzten. Acht. Sieben. Noch sechs. Fünf. Die letzten. Vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Und wechseln. Und vier. Letztes Mal. Und wechseln. Und vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und wechseln. Und vier noch. Drei. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Und wechseln. Zwei, zwei. Zwei noch. Letztes Mal. Wechseln. Und zwei. Eins. Und wechseln. Und zwei. Eins. Und wechseln. Und zwei. Eins. Wechseln. Zwei. Wechseln. 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 Einmal auf der einen Seite. Und andere Seite. Sehr gut. Und auf die eine Seite. Andere Seite. Also in meinem Fall links. Und rechts. Und wechseln. Wechseln. Und links. Und rechts. Wechseln. Und links. Und rechts. Und wechseln. Und links. Und rechts. Und die letzten. Acht. Sieben. Noch sechs. Sehr gut. Und fünf. Noch vier. Drei. Die letzten. Zwei. Letztes Mal. Und wir marschieren. Fest marschieren. Fest marschieren. Wir können es natürlich zwischendurch immer gerne in die Pause machen. Fest marschieren. 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 Wir machen jetzt ein bisschen was Rhythmisches. Beziehungsweise wir übersteilen. Schaut es einfach zu. Versucht es gut mitzumachen. Und wir übersteilen. Und wir übersteilen. Rechts über links. Und zurück. Und rechts über links. Und zurück. Und rechts über links. Und zurück. Rechts über links. Sehr gut. Fest auch hier die Arme mitbewegen. Wir atmen noch immer schön gleichmäßig. Wir haben noch immer, immer, immer feuer. Bewegung. Zwei mit einem Lächeln. Und acht. Sieben. Noch sechs. Fünf. Die letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Letztes Mal. Wir marschieren. Wir wechseln zur zweiten Seite. Sehr gut. Und wir wechseln. Tschöck. Und tschöck. Schön in den Oberkörper mit drehen. Immer in Bewegung. Bleib. Immer in Bewegung. Bleib. Sehr gut. Und sehr gut. Und sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Fest übersteigen. Fest übersteigen. Fest die Arme mitbewegen. Und acht. Und sieben. Sechs. Fünf. Die letzten vier. Sehr gut. Und drei. Und noch zwei. Letztes Mal. Wir marschieren. Wir marschieren wieder am Stand. Fest am Stand. Marschieren. So. Eine kleine Kombi. Wir steigen mit einem Bein nach links. Gehen tief. Steigen mit dem zweiten Bein. Wieder dazu. Wieder zur Seite. Links. Tief. Geschafft. Andere Seite. Und tschak. Und tief. Und tschak. Und tief. Und wieder. Tief. Tief. Und tief. Und tief. Und zwischendurch schön hochkommen. Tief. Und tief. Und tief. Und tief. Tief. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gut. Und tief. Und tief. Und tief. Sehr gut. Schön hoch. Tief gehen. Genau. Oberkörper bleibt schön gerade. Sehr gut. Und tief. Und tief. Und tief. Und tief. Jetzt noch mal auf die Seite. Damit ich den kompletten Platz ausnutze. Es ist egal. In Wahrheit. Wie oft ihr wie zur Seite steigt. Es steigt nicht zu eurem Platz aus. Geht zwischendurch schön hoch. Tief. Bleibt mit dem Oberkörper schön gerade. Sehr gut. Und tief. Und tief. 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 Gleichmäßige Atmung noch. Einmal noch auf die eine Seite. Und einmal noch auf die andere Seite. Und geschafft. Aber schütteln deine Beine. Wir gehen ganz kurz durch den Raum. Fest marschieren. Fest marschieren. Und auf die andere Seite marschieren. Ja. Nützt den Platz aus. Nützt den Raum aus. So. Haben wir ausgestreckt. Wir kreisen zur Seite. Und damit wir auch mit den Beinen nicht untätig bleiben. Steigen wir einmal her. Dreimal zur Treppe. Wieder zurück. Da wird es nicht touchen. Auf die eine Seite. Und auf die andere Seite. Sehr gut. Und links. Links. Und rechts. Rechts. Noch noch mal. Und links. Links. Und rechts. Noch einmal. Links. Und links. Und rechts. Und rechts. Die Arme kreisen nach vor. Arme kreisen nach vor. Genau. Und links. So hier. Den Platz, den ihr zur Verfügung habt. Vor. 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 Und nochmal. Links. Links. Rechts. Rechts. Und nochmal. Links. Links. Und rechts. Rechts. Wir nehmen die Arme einfach mit. Da ist der Touch. Schön weit steigen. Wir übersteigen. Und rechts. Und links. Rechts. Und links. Rechts übersteigen. Wir machen dann noch eine Kombi. Genau. Und übersteigen. Und übersteigen. Und übersteigen. Und übersteigen. Und Bein hoch. Übersteigen. Bein hoch. Übersteigen. Bein hoch. Übersteigen. Bein hoch. Ich hoffe ihr seht das gut. Hoch. Und übersteigen. Bein hoch. Übersteigen. Bein hoch. Übersteigen. Bein hoch. Nochmal. Gleiches nächste Arme. Hoch. Sehr gut. Hoch. Hoch. Noch. Die letzten acht. Noch sieben. Die letzten sechs. Noch fünf. Gleich haben wir's. Vier noch. Sehr gut. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Und wir bleiben noch in. Das. Der Touch. Check. Die Arme einfach vor. Rückgrüder mitnehmen. Und eine andere Kombi. Wir haben's heute eh schon geübt. Ich komme jetzt ein bisschen weiter vor. Damit ich mich da nicht erschlagen. Ich hoffe ihr seht das trotzdem. So. Die Arme ausstrecken. Und eins, zwei, drei. Linkes Bein greift zum rechten Bein. Zack. Und wieder zurück. Linkes Bein greift zum rechten Ab. Da rechten Fuß. Und zack. Und zack. Wenn ihr euch zu langsam seid, könnt ihr auch ganz schneller werden. Zack. Und 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 zack. Noch einmal. Und zack. Und jetzt in der Kombi. Zack. Hoch. Hoch. Rück. Rück. Und vorne. Hoch. Vorne. Und rück. Zack. Rück. Und wieder vorne. Hoch. Hoch. Und rück. Und rück. Und rück. Und rück. Und rück. Vorne. Einmal noch. Vorne. Vorne. Rück. Rück. Und einfach noch. Sehr gut. Jetzt kommen wir kurz nach vorne im Step-Touch. Fest nach vorne ziehen. Genau. Wieder zurück wandern. Sehr gut. Und Step-Touch wieder nach vorne. Fest nach vorne. Wir kommen alle zusammen. Fest am Bildschirm. Sehr gut. Und wieder zurück. Sehr gut. Gleich ein bisschen atmen. Fest zurückgehen. Und noch mal fest nach vorne. Schön breit steigen. Genau. Nützt den Platz aus. Nützt den Platz aus. Schön breit steigen. Sehr gut. Nochmal. Breit zurück. Breit zurück. Breit zurück. Zack. 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 Breit steigen. Und ein letztes Mal. Vor. Und 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 noch mal. Rück. 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 Und rück. Wir marschieren wieder. Erst marschieren. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut aufgewärmt. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Ich habe auf jeden Fall Spaß immer mit euch. Auch wenn ich euch leider nicht sehe. Aber, wem das noch nicht genug ist, kein Problem. Ich habe ganz viele andere Videos online, wo ich mich freuen würde, wenn ihr da mit sporteln würdet. Und heute kommt eben noch eine Wirbelsäuleinheit. Und ein überraschendes Paket sozusagen. Kräftigung. Pilze, Pilze, Pilze. Schimmi, Schimmi, Schimmi. Schimmi, Schimmi. Ich werde jetzt auch die Arme ausklopfen. Und die Beine ausklopfen. Klopfen. 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 Klopfen.